Gehalt ist eine Droge, die man bekommt, um seine Träume zu vergessen. Denn es ist leicht, in einer Welt zu bleiben, in der jemand dein Risiko senkt und du musst nur bestimmte Aufgaben erfüllen. Erledige sie ein Drittel deines Tages gut und du verdienst ein Gehalt. Speichere gerne diesen Betrag, um zu investieren. Setze dein Geld wieder ein, damit es für dich arbeitet, denn du verpasst 100% der Würfe, die du nicht nimmst. Gefallen dir meine Beiträge zur Selbstentwicklung, dann wird dir auch meine Mutmacher-Methode gefallen, die ich auf meiner Webseite vorstelle, damit du deine Leidenschaft für Selbstentwicklung zu einem richtigen Geschäft machen kannst. Ein Geschäft, mit dem du in den nächsten 90 Tagen 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, wenn nicht sogar mehr. Klicke auf den Link in meiner Bio, um persönlich mit mir zu sprechen. Du wirst es genießen. Wir sehen uns.